KI ist natürlich in aller Munde, aber welches ist denn jetzt nun die beste KI? Vor allem, wenn es darum geht, komplexe Verkaufstexte zu generieren. Heute wirst du einen Live-Wettkampf erleben zwischen ChatGPT 4.0, zwischen Claude 3.5 Sonnet und zwischen Gemini Advanced. Und ich sage dir, das Ergebnis wird dich beeindrucken. Wir werden heute einen und denselben Prompt, einen richtigen professionellen Prompt ausprobieren und uns einmal anschauen, welche KI wirft denn heute den besten Verkaufstext raus. Und ich nehme dich jetzt mit auf meinen Bildschirm und wir sehen jetzt schon hier, ich habe einmal genau die drei Fenster offen. Ich habe hier ChatGPT 4.0 einmal offen, die aktuellste Version stand heute. Wir haben hier Claude AI und nutzen hier das Modell 3.5 Sonnet, auch das aktuellste Modell. Und wir haben hier Gemini Advanced, ebenfalls das aktuelle Modell. Wir werden heute natürlich auch erstmal nur Text miteinander vergleichen. Wir wissen, es gibt so unterschiedliche Rankings dieser Tools an unterschiedlichen Bereichen, was das Thema Bildgenerierung angeht, das Thema Recherche, das Thema Textbearbeitung, das Thema Code-Generierung. Heute wollen wir wissen, welche KI macht eigentlich den geilsten Verkaufstext. Und ich sage, fight! Legen wir los mit unserem alten, bekannten ChatGPT 4.0, dem wahrscheinlich meistgenutzten KI-System auf diesem Planeten. Und wir machen jetzt hier folgenden Prompt. Wir haben hier eine Rollendefinition. Du bist ein Conversion Copywriter, spezialisiert auf maximal konvertierende E-Mails. Es gibt einen Kontext. Wir haben also die Aufgabe, ein sensationelles Produkt jetzt zu vermarkten. Das Produkt hier ist Überraschung, unser Produkt. Es geht also darum, dass wir Interessenten anschreiben und ihnen erklären, dass wir ein System haben, um aus ihren bestehenden Leads mehr Umsatz zu generieren. Das bedeutet, das Unternehmen muss keine Werbung investieren, muss keine Kaltakquise machen und bekommt einfach mehr Umsatz mit dem Bestand. Wie geil ist das denn? Und dieses Angebot hat auch ein paar USPs. Die sind natürlich auch echt USPs, wie zum Beispiel, habe ich hier reingeschrieben, die ersten Ergebnisse innerhalb der ersten vier Wochen. Du steigerst die Anzahl der Warmtermine ohne zusätzliches Werbebudget. Der Kunde, also derjenige, der das bekommt, muss nur eine Stunde pro Woche Zeit investieren. Mehr nicht. Wir machen das Ganze im Full-Service und es gibt eine Erfolgsgarantie. Das heißt, wir werden nur bezahlt, wenn es auch wirklich Termine und Abschlüsse gibt. Ich habe hier der KI ganz bewusst in diesem Prompt auch ein paar offene Aufgaben gelassen. Also ich wollte mal wissen, wie interpretiert denn die KI den Rest? Hier habe ich zum Beispiel reingeschrieben, dass es für dieses Produkt keinen Namen gibt. Und die KI soll sich doch einen knackigen Namen ausdenken, der für die Zielgruppe griffig ist. Part 1 und Part 2. Ich habe hier ganz bewusst kein Text-Framework vorgegeben. Ich habe also nicht gesagt, wie die KI den Text wirklich strukturieren soll, sondern habe gesagt, nutze das Text-Framework, welches zu der überzeugendsten E-Mail führt. Es ist dir überlassen, ob du zweimal das gleiche, ich habe eine zweiteilige E-Mail-Serie, zweimal das gleiche Text-Framework nutzt oder unterschiedliche. Es ist dir überlassen, ob du unterschiedliche Frameworks, wie zum Beispiel, haben wir hier einfach ein paar angenannt, miteinander kombinierst oder abänderst. Die Hauptsache ist, dass der Text so attraktiv, anziehend und überzeugend ist, wie nur möglich. Genau, muss es schon richtig schreiben. Die Hauptsache ist, dass der Text so attraktiv, anziehend und überzeugend ist, wie nur möglich. Geht man nochmal durch, dann findet man noch einen Fehler. So, genau, Format, Sprache, da bekommen alle hier exakt den gleichen Prompt. So, jetzt haben wir hier den gleichen Prompt und wir lassen jetzt hier einmal Shachibitier 4O den Zauber wirken. Drücken wir drauf und jetzt geht es los. Wir lassen jetzt Shachibitier hier einmal generieren und werden dann auch gleich den Text genau auseinandernehmen und es gibt ja eine zweiteilige E-Mail-Serie. Das heißt, die KI entscheidet, benutze ich für beide E-Mails das gleiche Template, das gleiche Framework oder nicht. Wir schauen erstmal, macht die KI überhaupt zwei E-Mails. Okay, das hat schon mal geklappt. Wir haben hier eine Betreffzeile, wir haben hier eine Betreffzeile, wir haben also zwei E-Mails, das hat schon mal geklappt. Die sind relativ kurz. Okay, schauen wir gleich mal, was dabei rauskommt. Dann gehen wir einmal zu Claude AI. Jetzt bin ich gespannt und wir machen jetzt hier exakt den gleichen Prompt. Ich habe jetzt hier natürlich auch schon den korrigierten rausgenommen. Was hier erstmal auffällt, der Text ist deutlich besser lesbar in dem Chatfenster und sagen jetzt, okay, das geht los und Feuer frei. Wir starten einmal. Und nun beginnt Claude AI mit der Textgenerierung. Laut den aktuellen Tests ist übrigens Claude AI im Vergleich vorn. Das ist natürlich eine Momentaufnahme, weil wir wissen, dass sowohl Claude AI auch in diesem Jahr noch ein neues Update bringen will, also in diesem Jahr nochmal besser wird. ChatGPT aber auch und Gemini übrigens auch. Also alle werden in diesem Jahr, Stand 2024, noch ein Update bringen und das ist nicht das erste Update, was in diesem Jahr kam. Völlig verrückt, dieses Entwicklungstempo. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die erste der zweiteiligen E-Mails. Haben wir hier noch die zweite mit drin? Sieht nicht so aus. Also hier haben wir schon mal einen ersten Unterschied. Das heißt, wir sehen, wir haben jetzt hier den zweiten. Schreibe nun die zweite Mail. Dann geben wir nochmal einen Folgebegriff und lassen dann auch dementsprechend die zweite generieren. So, jetzt haben wir noch Gemini Advanced. Auch hier das Bezahlmodell, also die Profi-Version. Wir arbeiten hier wieder mit dem exakt gleichen Prompt und lassen uns einmal ausspucken, was macht denn Google da draus? Sehen auch hier, ein Text entsteht direkt. Wunderbar. Ich werde dir übrigens, ich werde jetzt alle Texte nehmen und in einen Google Doc übersichtlich anordnen und dann mal so nebeneinander packen. Und dann können wir das einmal vergleichen. Und damit du das Ganze auch richtig gut nachvollziehen kannst, werde ich dir einfach mal das Google Doc direkt unter dem Video freigeben. Dann kannst du einfach mal reinschauen, was war denn genau zu diesem Stand im Detail das Ganze. Und ich werde das natürlich auch noch bewerten, wie das gut geworden ist. So, jetzt haben wir hier auch beide E-Mails. Also auch Gemini Advanced hat verstanden. Es geht um zwei E-Mails und hat mir gleich beide E-Mails ausgespuckt. Jetzt muss man ein bisschen dazu sagen. Heißt es jetzt, dass Claude AI das schlechter verstanden hat? Nein. Wir haben in dem, wie eine KI arbeitet, immer ein großes Spektrum von dem, was die KI ausgeben kann. Also wenn du einen und denselben Prompt zehnmal eingibst, kriegst du zehn unterschiedliche Ergebnisse. Es kann also sein, dass das jetzt gerade ein Zufallsprodukt ist, wenn ich das nochmal mache mit Claude, dass dann auf einmal zwei E-Mails rauskommen und mit ChatGPT4O vielleicht auch nur eine rauskommt. Kann sein. Also ich habe hier den Prompt nicht so präzise geschrieben, dass es hundertprozentig sichergestellt ist, dass immer zwei E-Mails rauskommen. Hätte ich machen können, aber ich wollte ja hier ein bisschen Interpretationsspielraum lassen. So, dann machen wir jetzt einmal die Übertragung in ein Google Doc und dann sehen wir uns in einer Sekunde wieder. So, und so sind wir wieder zurück. Jetzt haben wir ein Google Dokument und können das Ganze hier übersichtlich machen. Für dich werde ich das natürlich nochmal ein bisschen aufhübschen, aber für den Stand jetzt funktioniert es. Also, E-Mail 1, ChatGPT4O. Betreff, dein bestehender Lead, Leads, Schatz, auch spannend, wartet darauf, gehoben zu werden. Du hast bereits alles, was du brauchst, um mehr Umsatz zu machen. Du nutzt es nur noch nicht richtig. In der Datenbank schlummernd ungenutzte potenziale Leads, die bereit sind, von dir zu hören, aber noch nicht kontaktiert worden. Was wäre? Das ist ein klassischer ChatGPT, was wäre? Wenn du ohne zusätzliches Werbebudget, ohne Kaltakquise, mit nur einer Stunde pro Zeit, in einer Stunde Zeit pro Woche, messbar mehr Termine generierst und das Beste zahlst, nur wenn Ergebnisse siehst. Das hat er hier schon mal gut genommen. Du kannst innerhalb von vier Wochen mehr warme Termine, als mit Leads, die du schon hast. Sehr gut. Lass uns kurz sprechen, mal herauszufinden, wie du es steigern kannst. Hier im persönlichen Termin, Terminlink einfinden. Beste Grüße. Knackig, nicht schlecht. Wäre jetzt noch nicht so ganz mein Geschmack, aber für die erste E-Mail schon mal ganz gut. Zweitens, ohne Mehrkosten, so steigern sie den Umsatz mit bestehenden Liste. Diese Betreffzeile ist definitiv schon mal zu lang. Das sehe ich auf den ersten Blick. Das heißt, hier habe ich ja dem Conversion-Copywriter gesagt, mach eine Betreffzeile, die nicht zu lang ist. Die hier ist zu lang. Also auch da müsste man nochmal weiter daran arbeiten. Du schaltest schon Werbung, hast eine Datenbank voller potenzieller Kunden, aber der Umsatz bleibt hinter den Erwartungen. Hier müsste natürlich deinen Erwartungen stehen. Persönliche Anrede im Copywriting ganz wichtig. Du bist nicht allein. Die meisten Coaches und Dienstleister, das habe ich als Zielgruppe angegeben, haben eine riesige Ressource direkt vor ihren Augen. Doch sie bleibt ungenutzt. Mit unserer Methode, wir nennen sie die Lead-Schatzmeister. Haut mich nicht um, aber okay. Holst du alles aus den vorhandenen Kontakten, das Maximum raus, ohne Kalterquise, ohne zusätzliches Werbebudget. Das ist schön on point. Innerhalb von vier Wochen kannst du die ersten Ergebnisse sehen und zahlst nur, wenn du mehrere Termine und Umsatz generierst. Klingt nach einem fairen Deal, oder? Nicht gut. Buch dir einen Termin und erfahre es. Okay, also den Text hier würde ich persönlich beiden wahrscheinlich eine 6,5 von 10 möglichen geben. Drei. Ist okay. Es gibt hier aber auf jeden Fall ein paar Baustellen. Also vielleicht eine 6 von 10 möglichen. Die Betreffzeile ist zu lang. Wir haben hier auch keine Begrüßung. Also Hallo Vorname. Sowas zum Beispiel passt ja in der E-Mail doch schon ganz gut. Hat er hier nicht reingebaut. Und auch hier sind am Ende, also den Namen finde ich jetzt nicht so spannend. An sich gut auf den Punkt. Man müsste aber auf jeden Fall noch einiges dran verändern. Okay, schauen wir einfach mal, wie Claude 3.5 das macht. So, wir haben jetzt hier die erste E-Mail. Betreff. Deine Leads sitzen auf einer Goldmine. Das ist spannend. Das ist didaktisch falsch. Okay. Hey Vorname haben wir jetzt hier schon mal drin. Wunderbar. Kennst du das Gefühl, wenn du weißt, dass in deiner Datenbank echte Juwelen schlummern? Das gefällt mir. Leads, die nur darauf warten, zu zahlenden Kunden zu werden, aber irgendwie klappt es einfach nicht. Du investierst Zeit, Geld in Werbung, holst neue Kontakte rein und trotzdem bleiben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Gleiches Wording. Interessant. Frustrierend, oder? Stell dir vor, du könntest mit einem Fingerschnippen deine bestehenden Leads in heiße Verkaufschancen verwandeln. Ohne Werbebudget, ohne nervige Kaltakquise und das Beste. Du musst nur eine Stunde pro Woche investieren. Klingt so schön, um wahr zu sein, aber das ist es nicht. Wir nennen es den Lead-Alchemist. Gefällt mir. Ein System, das deine schlafenden Leads in Gold verwandelt und das Risiko liegt komplett bei uns. Du zahlst nur, wenn du mehr Termine und Umsatz generierst. Neugierig worden, lass uns kurz telefonieren. Ich zeige mir diese. Okay, okay, das ist schon mal eine geile E-Mail, gefällt mir sehr gut. Was ist jetzt hier schon mal besser? Also, außer die Betreffzeile, die haut halt nicht hin. Deine Leads sitzen auf einer Goldmine eigentlich Quatsch, weil du sitzt auf einer Goldmine, müsste es heißen. Oder du hast die Goldmine und sitzt drauf, also irgendwie sowas. Wir haben hier eine Anrede mit drin, typische Formatierung für eine E-Mail, passt. Es wird hier abgeholt mit einem Schmerz. Und ich glaube hier das PAS-Framework erkannt zu haben. Das ist Problem, Agitate, Solution. Hätte ich übrigens auch als Framework für diese E-Mail gewählt. Beim ChatGPT ist das hier vermeintlich die AIDA-Formel. Finde ich relativ langweilig, ehrlicherweise, weil es halt jetzt nichts Neues ist oder ein altbackenes Format ist. Geht natürlich immer noch. Den Lied Alchemist, der gefällt mir deutlich besser als der Lied Schatzsucher, aber ist mein Geschmack. Schreibt gerne in die Kommentare, welcher Name von dem Produkt hat euch am besten gefallen und welche E-Mail gefällt euch am besten? Würde mich auch interessieren. Also nicht nur welche gefällt euch am besten, sondern welche würde euch am meisten ansprechen? Auch gerne hier von der Skala von 0. Gefällt euch gar nicht? Hi. Hi. Next. Bis 10 absoluter Volltreffer würde ich diese E-Mail bekommen, würde ich direkt buchen. Hallo, ich mag Moneten. Gebt mir dort gerne mal ein Feedback. So, die zweite E-Mail von Claude AI. Betreffvorname, personalisiert in der Betreffzeile sehr gut. Eine der drei besten Strategien, um Betreffzeilen effektiver zu machen. Deine Chance auf mehr Umsatz läuft ab Dringlichkeit. Die zweite Strategie ebenfalls mit reingebracht. Sehr gut. Hi, Vorname. Erinnerst du dich an meine letzte Mail? Ich sprach von einer Methode, deine bestehenden Leads in zahlenden Kunden zu verwandeln, ohne zusätzliches Werbebudget. Viele Unternehmer in deiner Situation haben ähnliche Herausforderungen. Sie haben eine Datenbank voller Kontakte, aber die Verkäufe stocken. Sie investieren in teure Werbung, aber der Return bleibt aus. Sie verbringen Stunden mit Kaltakquise, ohne echte Ergebnisse zu sehen. Kommt dir das bekannt vor? Stell dir vor, dieses Stell dir vor, das ist so ein KI-Ding. Also das haben die wirklich oft. Du könntest all das ändern mit nur einer Stunde Zeitaufwand pro Woche. Unmöglich, keineswegs. Unser Lead Alchemist System macht genau das für dich. In nur vier Wochen liefern wir dir die ersten messbaren Ergebnisse. Warme Termine. Höhere. Also ich finde das hier gut, es müsste jetzt natürlich in der Formatierung, müssten wir nochmal angucken, ob Claude.ai das ursprünglich mal formatiert hat. Also ich würde hier auf jeden Fall Bullet Points draus machen, weil sonst so ein, also so Dreisatzwort und dann neuer Absatz, ja gut, kann man machen, aber wäre jetzt nicht so ganz typisch. Aber ist okay. Mehr warme Termine, höhere Conversion Rates, steigender Umsatz und das Beste, du gehst kein Risiko ein, aber wir arbeiten mit einer Erfolgsgarantie. Kein Erfolg, keine Kosten für dich, aber Achtung, diese Chance ist zeitlich begrenzt. Interpretation finde ich aber sehr schön. Wir können hier nur mit einer begrenzten Anzahl von Kunden gleichzeitig arbeiten, also die zweite Verknappung. Interessant. Claude.ai kennt die Verkaufspsychologie. Willst du dabei sein, dann sichere dir deinen Platz und klicke hier um einen unverbindlichen Beratungstermin zu vereinbaren. Aber in diesem Gespräch zeige ich dir genau, wie wir deine Leads in echte Umsatztreiber verwandeln. Sei dabei und erlebe, wie dein Business sich verändert. PS. Der Klassiker unter den E-Mails hat er beim ersten Mal auch schon gemacht. PS. Denk dran, nur eine Stunde pro Woche von dir und wir kümmern uns um den Rest. Lass uns gemeinsam deine Umsätze steigern. Ist schon ziemlich geil. Also für mich jetzt hier aus dem aktuellen Stand würde ich mal eine 8,5 von 10 möglichen geben. Vielleicht sogar eine 9. Also noch ein bisschen formatieren und ein paar Sätze würde ich noch umstellen. Aber, ja, was würde ich umstellen für die, die sich das jetzt fragen? Also im Copywriting macht man das so, dass man zum Beispiel die Verben an den Satzanfang packt. Also wenn ich jetzt hier sowas mache mit, wir können nur mit begrenzter Anzahl von Kontakten gleichzeitig arbeiten, würde ich jetzt hier machen, wir arbeiten nur mit einer begrenzten Anzahl von Kontakten gleichzeitig. Ja, oder von Kunden gleichzeitig. Das ändert ein Stück weit das Lesetempo, wenn das Verb weiter vorne ist. Hier gibt es ganz viele Sachen, die man im Copywriting beachten kann. Da geht es darum, sind Hilfsverben mit drin. Dann gibt es Schachtelsätze, gibt es Kommasätze. Claude AI nimmt hier zum Beispiel sehr viele, sehr kurze Sätze, was sehr gut ist, weil das ist das, was im Copywriting viel, viel besser im Gehirn landet. So, und jetzt haben wir noch Gemini Advanced. Schauen wir uns mal an, was ist hierbei rausgekommen. Betreff, verwandeln Sie Ihre schlafenden Leads in blühenden Umsatz ohne extra Werbebudget. Betreffzeile zu lang. Okay, also an der Stelle auch hier schon mal knapp dran vorbei, aber okay, kein Weltuntergang. Hallo, Name des Leads. Passt also auch hier, eine Formatierung führt genau diesen Text. Ich weiß, dass Ihr Posteingang, hier haben wir schon mal den ersten, nicht so ganz, ja, nicht so ganz kleinen Fehler, denn in meinem Prompt, und ich möchte das einmal hier direkt, ach so, nicht Vorschläge zeigen, hier nochmal genau den Prompt machen, habe ich ganz konkret drinstehen, duze den Leser. Das, ein ganz klarer Befehl hier drin, also identifiziere dich mit dem Autor, duze den Leser, ist hier exakt falsch verstanden worden. Ich weiß, dass Ihr Posteingang wahrscheinlich überquillt, aber diese E-Mail könnte den Unterschied zwischen stagnierendem Umsatz und regelrechten Boom für Ihr Business Coaching bedeuten. Stellen Sie sich vor, da ist er wieder, der Klassiker. Sie könnten Ihre bestehenden Leads, die Kontakte, die bereits Interesse gezeigt haben, in eine Goldmine verwandeln. Keine Kaltakquise mehr, kein Umsatz, kein Werbebudget, nur eine Flut neuer, warmer Leads, die direkt zu Umsatz führen. Klingt so schön, um wahr zu sein, mit dem Lead-Booster-System, finde ich auch nicht schlecht. In nur vier Wochen, nicht mit unserem, nicht mit dem Lead-Booster-System. Verneinung in einem Verkaufstext, geht gar nicht. Also, klingt so schön, um wahr zu sein, mit dem Lead-Booster-System, boom, aber nicht mit dem Lead-Booster-System. Also, das ist, wir wissen ja alle, das Wort nicht kann das Gehirn schlecht verarbeiten oder eigentlich nicht verarbeiten. Das heißt, wenn ich sage, denke nicht an den pinken Elefanten, boom, da ist der pinke Elefant. Also, merken wir, es ist auf jeden Fall in der Kopie deutlich schlechter. In nur vier Wochen können Sie den ersten messbaren Erfolg sehen, messbare Ergebnisse sehen. Das Beste daran, Sie müssen pro Woche nur eine Stunde investieren. Ich weiß, dass Sie skeptisch sein könnten. Oh, Hilfswerben. Deshalb biete ich eine Erfolgsgarantie. Wenn Sie nicht mehr Termine und Umsatz zahlen, dann zahle ich Ihnen keinen Cent. Moment, stopp. Stopp, jetzt reicht es. Deshalb biete ich Ihnen eine Erfolgsgarantie. Wenn Sie nicht mehr Termine und Umsatz generieren, zahle ich Ihnen keinen Cent. What? Autsch. Das ist ein echt fieser Fehler. Musste ich ja einmal drüber lesen. Sonst wäre mir das untergegangen. Das ist ein richtig fieser Fehler. Der Kunde zahlt keinen Cent. Also, ich zahle ja dem Kunden nichts. Klingt nach etwas, das Ihr Business voranbringen könnte. Dann klicken Sie jetzt auf den Link, buchen Sie ein kostenloses Beratungsgespräch, entdecken Sie eine Umsatzmaschine. Link zum Beratungsgespräch. Also, Zeit, das volle Potenzial auf. Bis bald, Ihr Name. Okay. E-Mail Nummer zwei. Ihre Leads warten darauf, geweckt zu werden. Ist eine scheiß Betreffzeile, aber sie ist zumindest nicht zu lang. Hallo nochmal. Name des Lieds. Ich wollte nur kurz nachfassen. Das ist so diese Vorabentschuldigung. Warum tut es mir leid? Das ist, es tut mir leid, dass ich diese E-Mail jetzt auch noch schreiben muss. Ich wollte nur nochmal kurz nachfassen, weil du die letzte E-Mail, das macht man niemals. Wir haben keinen Grund, uns zu entschuldigen. Jeder Grund, sich zu entschuldigen, im Verkaufstexten, bedeutet, es ist eigentlich schon scheiße, dass du dich hier meldest und eigentlich geht gar nicht. Bitte niemals sich entschuldigen oder bitte niemals erklären, warum muss hier was, wahrscheinlich hast du die E-Mail verpasst, ja noch schlimmer. Unterstellt dem Kunden doch noch Dummheit. Ich verstehe, dass Sie beschäftigt sind, schon wieder per Sie, aber stellen Sie sich vor, wie viel Umsatz Ihnen entgeht, während Ihre Leads ungenutzt in Ihrer Datenbank schlungen. Und in den Lead-Bussel-System können Sie mehrfach diese schlafenden Leads in eine Flut neuer Kunden verwandeln. Gleiche würdigen wir vorher und das alle ohne zusätzliche Werbung stehen. Ich möchte Ihnen helfen, das volle Potenzial, aber buchen Sie noch heute ein kostenloses Beratungsgericht. Also die E-Mail hier kriegt von mir, wenn ich jetzt mal über dieses per Du, per Sie, was ein harter Fehler ist, drüber hinweg sehe, gebe ich der E-Mail hier maximal eine 2,5 von 10. Gemini hat hier in diesem Vergleich unfassbar verloren. Einmal die falsche Interpretation, die zu lange Betreffzeile, die falsche Interpretation von dem per Du, per Sie. Auf einmal Sachen drin wie Verneinung drin, Hilfsverben drin, was ich alles konkret ausgeschlossen habe. Und ich zahle an dich keinen Cent. Also das ist ein richtig krasser Fehler. Ich finde die 2,5 eigentlich schon fast zu nett. Es ist kein gutes Ergebnis, muss man einfach mal so ganz krass sagen. Für mich hier der klare Gewinner, Claude 3,5 Sonnet. Macht hier die beste Kopie, am attraktivsten geschrieben, hat mich am besten in den Text gezogen und am besten die Story aufgemacht. Hier lediglich ein paar Kleinigkeiten. Also einmal dieses Thema mit der... Moment, die Betreffzeile war bei Claude nicht so lang. Nee, eigentlich waren hier kaum Dinge drin. Also die Claude AI hat hier die besten Verkaufstexte gemacht. Überrascht? Ich schon. In diesem Video ging es vor allem darum, was können die KIs am besten. Das war ein kleines Beispiel. Und ja, wir müssten natürlich mehr Texte testen, in mehr Cases und noch alles Mögliche können wir machen. Aber später. Ein guter Zeitpunkt, diesen Kanal endlich zu abonnieren und einfach mal reinzuschauen, was gibt es denn sonst noch so Schönes bei uns und wie funktioniert das eigentlich mit der Erfolgsgarantie? Lass mir gerne einen Kommentar da. Welche E-Mail hat dir am besten gefallen? Dokument ist in der Beschreibung. Und ich sage jetzt schon mal, bis später. Automatisierung. Oh, oh, oh. Alles geht wie von allein. Oh, oh, oh. Marketing-Magie. Oh, oh, oh. Mit Automatisierung. So fein.